Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute machen wir Burger Genau Wir haben hier unser Essen aufgebaut Tomaten, Golden, Mayonnaise, Remoulade Heinz Ketter Keine Werbung Dann solche komischen, billigen Börgerbrötchen Die richtig lecker sind von allen Genau Eine im Kopf Ordentlich vitaminarmen Eisbergsalat Und Rinderhackfleisch Wir haben keine Ahnung wie das machen Aber ein bisschen gut auf Glück schadet mich Genau Klop Also was brauchen wir jetzt? Wir zermanschen jetzt das Fleisch hier Machen erstmal so Kugeln So So Warte So Hast du? Okay Sollen wir dann nochmal machen? So Und Und Auf Gleich nochmal Perfekt Alter die sehen richtig geil aus Ja Ja Jetzt Tun wir das noch auch Ich glaub nicht Doch Dann muss doch irgendwie Öl Aber hier ist doch eine Kuh da Das bedeutet Das ist nicht der Ganz wenig Ja Und jetzt irgendwie falsch Warte Warte Das ist ja echt gut verteilt So Jetzt rüsselt das hier schön Jetzt dreh mal um pode Ja Es gab Dreh mal Aber Das ist ja Maschig Ach Ich mü Knoth Es Komp So, jetzt haben wir hier den Käse, hier fängt der Fanger an zu truppeln, das Fleisch, da, sieht das geil aus. So, jetzt schneiden wir hier den Börja auf, ich hasse dieses Brot, das ist so schlecht, das ist immer kurz vorm zusammenklappen. So, jeder macht seinen Burger. Wir schieben dir aber nicht alles in den Ofen, oder? Ach, was denkst du denn? Wir machen uns die hinterher zusammen. Wir machen, wir machen das Fleisch und Käse, würde ich jetzt in den Ofen machen, den Salat für dich nach dem Ofen machen. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich mach mir mal... Hä, jetzt schon drauf? Ja. Aber wie willst du denn die Soße draufkriegen? Ich will, dass erstmal nur der Käse so über das Fleisch runterschmelzt. So, ich mach das extra. Oh Gott, sind die klein. Wir sind jetzt... Ja gut, den mach ich auch so. Warte, ich mach mal zwei, damit der mehr Käse-Power drin ist. Ofen auf. Warte, 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 stopp, 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 stopp. Lass das mal auf dem Blech machen. Ja, ist schlau. So, pack die erstmal auf Backpapier. Kannst du gleich drin lassen. So, dann eins, vier. So, dann haben wir jetzt hier den ersten Gang in den Ofen oder auch wahrscheinlich den letzten. Oh fuck, ist das heiß. Und einfach 250 Grad. Das geht doch nicht. So, alles klar. So. Raus mit den Fischer. So. Jokolade. Ich mach erstmal, ich mach erstmal Salat. Meine Fresse, wie geht denn das hier auf? Ah. Okay, ist auch nicht besser. Besserer. Besserer. Da drunter. Ja. So, das ist eigentlich schlau. So viel. Klar. Das muss schwimmen. Das muss schwimmen. Kannst du mal Salz mitbringen, bitte? Flimm in der Nase. Ich hab schon mal einen besseren Nürnbessen. Ich auch. Irgendwie fehlt das Fett. Das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir hoffen, es hat euch gefeiert. Und abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke. Bis dann. Ciao. Alles klar. Bis dann.